moin ihr lieben und herzlich willkommen bei einem weiteren reisetag hier in den wäldern von die infekte und ja wie versprochen bin ich hier rüber gewandert zum nächsten wemmi dorf und zwar sind wir bei diesem hier oben nordöstlich genau und ich würde sagen wir fangen hier an und kämpfen uns hier so durch ja nehmen wir direkt da das erste haus knochensperr werden wir gleich noch brauchen ich habe noch ein splitter dabei heißt wir werden uns sicher gleich noch mal von dingen star kappen aber jetzt erst mal die erste hütte gelootet so ja ich habe mir in der nähe lager gebaut wurde nämlich kalt und ich bin gestorben das gebe ich ja offen zu weil ich nicht damit gerechnet habe dass es kalt wird und wenn ihr mal guckt hier habe ich auch schon hemd und hose an also die jacke und die hose weil es war echt so kalt dass ich gestorben und da hatte ich versucht mir eine hütte aufzubauen das aber leider nicht geklappt bis wir fertig waren und jetzt fällt mir gerade bis wir gestorben sind jetzt fällt mir gerade ein was ich dabei noch vergessen habe ich habe vergessen dach drauf zu setzen aber da ich die klamotten hatte war es dann doch nicht mehr so schlimm wenn man ein bisschen drauf achten mal hier ja gut dann können wir uns wenigstens im winter ordentliches sachen kommen denn ist ja auch schon mal was ja noch nicht genau das richtige aber schon brauchbar für den winter das wenigstens gut weil gerade so lasch und so was soll ich dein winter mit noch ich für den sommer vorbereiten aber das sind so ja da waren die samen gut dann sind wir ja schon wieder durch aus nummer eins geregel gesichert genau ja raus und das nächste haus drüben gut gut dass ich geguckt habe aber ich muss ich diesmal naja müsste ich nicht ich könnte gleich mit dem wagen hinkommen an denen habe ich ja jetzt gar nicht ich habe jetzt echt erst gedacht dass das andere der kamer mit dem tempo auf uns zu kommen hier mechanische teile immer sehr gut die brauche nämlich für die reparatur dieses komischen tax dafür brauchen wir bestimmt noch die ölsaugertechnologie ja so hier hat man auch alles durch okay haben nach oben hat hoffe kein dinge her habe ich doch auch schon mehr acht habe ich ja ein jahr schon mehr als genug meistens ist auch immer gut wo gucke noch das beste ist ja burke gibt als sehengesundheit aber man zwar die gekochten sachen dann erst geben wir dann auch bald noch so dann hier raus und dann ist das da hinten dieser blöde bär hoffe hier wachsen noch mal irgendwie sowas wie gurken weil wir haben durch das sterben alles nahrungsmittel technische schon wieder verbraucht ja was hier das ist jetzt auch erst mal die lud die letzte lud runde jetzt mit uns echt im bauen egal was wir hier jetzt finden ja weil jeder das jetzt hier im bräuers war zeit zum feile machen da hinten kommen auch schon wieder welche tatsächlich welt hier ne blöder hirsch kartoffeln gibt es mir reicht nicht nur ich weiß dass bei euch auch so warm und spiel und drücken ekelig mein hier drinnen geht es noch draußen ist wie schlimmer das wäre es daran gewöhnen dass ich die taste umgelegt habe er kommt hier die können auch mal raus dass ich die taste von i auf kugel ich habe weil ständig drückt man tab aber tab ist jetzt auch nicht so der burner weil da brauchst du ja um aus den bau menüs zu kommen was jetzt hier los ja ach guck wir sind ja schon fast an der straße immer ein bisschen alu mensch so passt doch das hier wäre das letzte haus oder hatten wir noch eins ja das da hinten hätten wir noch da muss ja schade da ist unsere kann versuchen wir mal so ein bisschen hier rechts links zu sprechen wir müssen wir trinken jetzt auch so erstmal die großen sachen alle hier rein und was noch so reingeht meist nicht sagt meister behalte ich hier kurken können raus und die kürbel können raus ach ja kommt da er noch über und dann geht es da hinten mal eben schnell weiter also wir brauchen noch die hütte hier noch ja wenn wir hier doch eben zuerst ein also ich würde mich hier auch tatsächlich nur so lange aufhalten bis ich das zweite technologie buch gefunden habe richtig luden gehen können wir das ganze ja dann noch mal dann aber zumindest noch mal ein grund wieder hier hinzukommen ja ernsthaft von den ländern habe ich mittlerweile auch echte menge lohnt sich bald die öfter mitzunehmen immer zumindest ein dabei zu haben urkinzart schrauben ist gut schrauben ist super lass mich raten hier gibt es kein hinauf richtig doch hier noch mal tuch tue ist auch immer gut für klamotis wollte ja noch diesen cowboy hut für den sommer bauen der uns so einen hitzebonus gibt ja okay hier nicht wahrscheinlich sowieso auf der anderen seite gehe ich doch mal stark von aus jetzt müssen wir einmal checken hier wir müssen links rüber und zwar da hinten hin glaube ich der letzte wenn wir den ich weg machen kann vorletzte so man zwei öl dosen der nice so federn wurde ich jetzt hier lassen hier noch mal manchmal liegt auch was im badezimmer aber reden wo ich werde jetzt nicht zu dem was ich auch hier noch mal hoch ist nur ein dachboden gut dann ausgeladen und rüber auf die andere seite die türen hier macht mein versteckte zeug sie alle immer wo wir sind am ende auf der street hier laufe ich vielleicht zufällig in die ganz falsche richtung hier natürlich man ist immer alles hier so habe ich denn nur 50 ausdauer charlie könnten sich ruhig immer ein paar kurken oder sowas auf mir rutscht die brille so von der augen so klatschen das bin ich ja jetzt verläuft sich schon hier einmal kurzen schlenker nach rechts und schon bist du voll vom fahrt ab hier junge 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 so ich hier was sie kann man dann noch nicht dann aber rüber das kann mit rüber die können dann nicht mir darüber dass die dosen verband sowieso sagt und schrauben hier haben wir schon zwei formen dann haben wir denn noch es war es wir haben noch eine katastrophe dann reicht erst mal wieder um hochzukommen so dann fangen wir jetzt hier an genau hier ach guck mal dann kriegen wir doch das bambi dorf heute mal durch hier oder das soll auch klappen hier jetzt verdorbenes essen krieg ich noch mehr als genug denke ich hier in den mulch da nicht quatsch hier dann andere zeugs so hier ist noch eine ganz kleine hülle aber den mais den wir die haben ja immer im moment rin damit direkt essen ein und wisst ihr was wenn es zu dunkel ist habe ich ja die lampe hier mit ich habe halt das gefühl wir waren hier schon drinnen wieder zurückgelaufen nenne hier ja leben es ist noch ein bisschen anders gebaut hier oder ja als wenn ich hier schon drin gewesen wäre nur mittel und satt freundlich so dann rechts drüber so habe ich hier umgegangen ja also links drüber der ist weg ich komme doch hoffentlich nicht wieder habe ich den salat da ist er warte mal geht auch ist aber aber dann medizin und da ist immer cool das hat noch 6 2 2 essen essen 99 und die zwiebel gibt es über drei gesundheit hier gab es auch keinen aufgang da muss ich mal eben checken wir sind jetzt hier da waren wir da müssen wir dahin also auch wieder links raus jetzt habe ich es ja ich komme hier aber wir ja dann wenn er nicht will und so öffler und meist passiert treppe nach oben gab es da haben wir nichts da haben wir nichts das ist auch noch nicht daraus noch ist er hier noch mal machen wir uns demnächst ein paar schöne maisfelder fällig sofort verdrücken so dass wir hier sind ja auch schon wieder fertig naja jetzt nicht so jetzt darüber und dann nur noch das zwei häuser noch das hier ist nun mal ein dann stirbt junge aber nicht mit dem blöden später nicht nachgebaut habe du bist gestorben warum gibt es ja jetzt nicht naja wir sind ja nicht weit weg nur 378 meter mist so ein quatsch jetzt baue doch erst mal ja das mache ich dann da vorne am karren da baue ich mir dann eben mal neun speer das ist der misst dabei wenn du ohne speer loszieht ist das richtig murks gerade in diesen dörfern merkt euch das immer einen speer bauen immer so kommt zwei häuser noch zehn minuten da schauen wir so hier ist der wagen ja ja jetzt wollen wir mal um da muss man jetzt klappen 123 dann hätte ich schon längst mal machen können und schon haben wir ein speer fertig mein gott nicht so einfach aber nein er tut es nicht ich brauche kleine rache ach ja ernsthaft ne um gleich zwei kämpft hier ich kann wer neidisch geworden soll ich hier nicht mehr da hinten da hinten habe ich noch meine feine drin wo denn da steckt da ich wollte hier gerade in die hütte rein eine leere dose hatte ich dir noch gar nicht bisher ne wenn aber das letzte technologie bube langsam auftauchen hätte dann nichts gegen so neben erde kannst du mitnehmen ja hier hat man dann ab nach oben ja ich gibt es auch wieder nur zeug habe gut jeder langweilig soll er muss wir eben gucken hier jetzt müssen wir doch nur noch da rein heißt das müsste das letzte gebäude sein was dann ja das heißt hier muss die letzte technologie verborgen sein also hier schon mal nicht hier schon mal nicht hier ist noch mal eine leere dose gehen wir hier noch mal auf blöchen aber da ist auch selten was man haben wir hier noch schönes und können morgen von denen haben wir mittlerweile auch mächtig viele da kannst du auch mal gebrauchen kartoffeln passt auf gar keinen fall ich weiß noch nicht was damit ist kriege ich wohl noch raus wie gesagt ich vermute irgendein kleber zeugs das muss hier sein sonst habe ich sie irgendwo übersehen wo kann man sowas denn bitte übersehen habe ich noch irgendein gebäude vergessen ich weiß nicht aber hier ist es nicht jetzt oder wird nicht einfach jetzt ausfüllen welches gebäude ich vergessen habe oh wir haben das gibt es ja auch nicht mehr hier an technologie nur sagen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 machen wir schon das fünfte dorf sehen zwei dörfer haben wir noch richtig also wir haben noch das dorf hier und das dorf da ja zwei dörfer das heißt hier muss dort sein so dann was ist das da dann gehe ich da noch mal rein ja nützt ja nützt ja alle nützt so ne andere seite das habe ich echt irgendeine hütte vergessen und dann wäre fraglich welche diese ne die da die da die hat ich noch nicht oder doch in der weich das von hier war ich auf jeden fall schon hier war nur die tür auf aber hier ist noch aller lud allerlei lud da liegen schon wieder nägel rum hier könnte es dann auch noch sein ne rinden also wenn ich hier schon gewesen wäre 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 der biosprit und so das wäre ja nicht gewesen aber hier gibt es auch kein buch fehlt mir auch noch die hütte hier das kann sein dann guck mal da war ich da da bin ich doch angefangen hier war ich auf jeden fall jetzt gucken wir noch mal eben schnell alle durch die zeit haben wir ja noch hier sind wir angefangen so richtig 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 da sind wir da rein aber da hinten nicht oder doch ich weiß nicht wir gucken hier zumindest bin ich von hier reingegangen hier scheint es aber so als wären wir schon gewesen hier war schon so weiter ich weiß es tatsächlich bald nicht mehr weiß dass ich jetzt eben ein schluck trinken muss so viel gibt es nicht mehr naja reicht erstmal noch hier waren wir aber drinnen oder sonst wäre da die könne ja auch hier einmal durchgecheckt zumindest die bücherregale einmal abgecheckt hier ist nichts oben oder doch hier waren wir doch hier waren wir auf jeden fall also mechanische tastaturen sind ja eine tolle sache aber wenn irgendwann die tasten anfangen abzufallen ist das mist das nervt ziemlich so und dann gehen wir nochmal da rein da rein und da rein nee nur jetzt eben guckt hinter dem haus da rein hier war ich auch drin da muss ich auf der anderen seite doch normales durchgehen ohne scheiße nee dann war das hier nicht alle anderen habe ich hier drin habe ich bin habe ich das habe ich wirklich da kann ich noch mal reingucken so welches jetzt hier links von uns das war habe ich ja auch ja ganz sicher man ja auf jeden fall das ist da da müssen wir da nochmal rüber sind wir jetzt hier richtig natürlich nicht so eine scheiße sehr gut hier ja was haben wir so auch noch hier die gibt nämlich zehn du hast das gut so jetzt hier waren wir nicht drin hier waren wir echt nicht drin und da steht es kreissägetisch ja super naja auf jeden fall gucken wir dann mal was wir hier noch so reißen können der wagen der steht in die richtung ja komm dann gehen wir hin zum wagen jetzt noch mich richtungs womit ja ja brille macht alter brille so den haben wir auch platt so würde ich sagen dann hoffe ich an dieser stelle mal dass euch die runde gefallen hat und wenn ja dann lasst mir noch einen daumen nach oben da wenn euch interessiert wie die reise auf diesem kanal weitergeht dann abonniert ihn euch lasst mir gerne eure kommentare da würde ich mich sehr darüber freuen ich bedanke mich fürs zuschauen wünsche euch einen schönen abend bis dahin ciao